Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Ich glaube, die Kinder haben den Laden im Gericht. Mathieu, Amelie? No, 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 no. Ich sage euch was, wir kommen noch an viele schöne Geschäfte vorbei, vor allem am Meer, Amelie. Ich habe gerade voll den Schrott gefunden. Das ist auch wirklich voller Schrott. Wir kommen noch am Meer vorbei, an viele, viele schöne Geschäfte. Ich würde jetzt diesen Quatsch noch nie machen. Hier, das ist alles Schund. Ohne Schmand. Das ist Tant. Was? Das ist Tant, also Müll. Das hier ist aber was anderes. Das ist auch Müll. Das ist der billigste China-Dreck. Aber wenn man das schon anfasst. In einer halben Stunde ist das kaputt. Und dann hast du vier Euro verloren. Ist das Hulk? Nein. Ralf ist das. Ralf. Ich kenne auch. Ralf. Ralf. Das ist eine Disney-Figur. Mach die mal wieder dahin, wo sie war. Ich habe mal Reif geguckt. Wir suchen jetzt mal die Mama. Nein. Ich suche die Mama. Und? Hast du schon was gefunden außer Hunde-Creme? Nein. Aber hier gibt es deine Bonbon-Mark-Kekse. Das sind die mit Mo, ich glaube. Ah, die ab diesen. Die haben wir gefallen zum Kaffee. Oder die kann man auch gut zum Tee trinken. Hier gibt es Amelie das Oreal. Hast du die Technikabteilung gefunden? Ich glaube, die ist da hinten. Ich gehe noch mal ganz kurz gucken, ne? Nein. Nein. Das ist Silikon. 13 Euro. Also, ich habe Silikon gefunden, aber nicht für den Preis. So, ich habe was wir brauchen. Amelie hat eine Aufgabe. Sie sucht gerade die Erdbeermarmelade. Aha. Fräse, Amelie kreis. Darf ich mithelfen? Also, eigentlich kann man es ja schon an der Farbe erkennen. Ich gehe mal eine Etage tiefer. Das habe ich nicht gelesen, das habe ich beraten. Ich glaube, große Einkommen brauchen wir heute eh nicht machen, ne? Wir kommen nachher irgendwo noch frisches Baguette. Ich kaufe nur. Guck mal hier. Kennst du den Hasen? Das sind die Hasen in verschiedenen Farben. Oh, was? Die? Die Hasen in verschiedenen Farben. Rabbits. Rabbits. Sag mal Rabbits. 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 Bist. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hier sind zwei Autos aneinander zusammendringen. Und hier ist eine Scheinbedingung. Und hier ist eine Scheinbedingung. Und hier ist eine Scheinbedingung. Guck, dann will ich die Polizei spielen und du das andere Auto. Das war mir nicht angesagt. Das waren die fünf, oder? Ich will das haben. Oh, Jüchen. Komm. Wir sind gerade am ersten Tag. Wir haben gerade erst angefangen. Wenn wir dein Tempo machen, Matthieu, dann hast du in die nächste Woche gar nichts mehr. Das will die Mama, der sie das macht. Nee, ich hab sie gefragt, ob sie das wollen. Das ist nicht wahr. Gehen wir schon raus, König? Komm, wir gehen mal schon durch. Mama. Maxi. Hier, nimm das mal in die Hand. Das filmst dich? Ach so. Amelie, Amelie. Gehst du mal raus mit Deiner? Ich hab dich schon rausgekommen. Papa. Papa. Komm mal mit. Matthieu hat dich drin, aber die drin ist gerade. Papa. Papa. Was ist mit dir? Ich will es haben. Was willst du mir erzählen, Maus? Kalt. Kalt? Ist dir kalt? Na komm, wir gehen ins Auto. Komm, ich mach euch auf. Ich will es haben. Ich will hier raus. Hier ist es wärmer. Ja, das stimmt. Da drin ist es. Normalerweise ist es heiß. Also, was kostet denn hier unser Sprit? 1,42. 7, das geht. Das ist okay, das ist günstig. Die Mama, die kommt schon. Die Mama, die kommt schon.